Fest der Liebe, Heidi Klum Toms Weihnachtsbaum steht. Auch im Hause Klum Kaulitz ist man schon ordentlich in Weihnachtsstimmung. Bereits seit einigen Jahren sind Heidi Klum, 49, und Tom Kaulitz, 33, unzertrennlich. 2019 gründen das Model und der Tokyo Hotel Star ihre Liebe mit einer romantischen Zeremonie vor dem Traualtar. Im Netz beweisen die zwei immer wieder, wie verliebt sie noch immer ineinander sind. Das wird beim Fest der Liebe nicht anders sein, nun schmückten Heidi und Tom ihre Weihnachtstanne. Via Instagram gewährte die Germanis Next Top Model Jurorin ihren Fans einen kleinen Einblick. Heidi nahm ein Video von ihrem Garten auf, in dem dieser auf einer Leiter steht und behutsam die Lichterkette um den großen Weihnachtsbaum wickelt. Sohnemann Henry steht daneben und achtet vermutlich darauf, dass der Musiker nicht von der Leiter fällt. Im vergangenen Jahr hatte Heidi einige Schnappschüsse ihres Heiligabends mit ihrer Community geteilt. Die Beauty, ihre Kinder und auch ihr liebster Tom trugen alle identische weihnachtliche Pyjamas und dazu passende Weihnachtsmützen, die ihren Namen zielten. Die Leute bekommen ihr drin und wie преступliche Vierl 14 hochzuliert, dass die Amen anzeigt dieses 이거를 zeichnen können. Für uns sie weiß, wenn wir heute Kita hierhin sind. Ihr Lebens Feier unhealthy zu ver greuten,부분 warmuch fishy ist das STO nicht abs겱f mex Patienten wiederum, und habe ein sauf nach oben gehen. Vielen Dank.